Mahlzeit und willkommen zu Let's Play Lego Rock Raiders Etwas älteres Lego Spiel von 1999 Ja, ich hab's früher schon mal gezockt, als ich noch ein bisschen jünger war Ich glaube, ich hab's nie geschafft durchzuspielen Wurde gegen Ende für mich immer zu schwer Ich hab's jetzt noch mal aus dem hintersten Regal gekramt Und ja Wollte einfach noch mal probieren, wie es ist Gerade wie der Minecraft-Wahn im Moment rund ist Ändert mich das doch sehr da dran Von daher starten wir spielen Die Tutorials überspringe ich jetzt einfach mal Und wir starten Die erste Mission Okay Also ganz einfache Mission Die Basis finden und dann noch 5 Energiekristalle sammeln Das sehen wir dann hier unten, die Anzeige Ich muss einmal gucken, ja hier Alles mal ein bisschen hochdrehen Die Helligkeit für YouTube auch mal noch ein bisschen höher Spielgeschwindigkeiten machen wir auch ein bisschen mehr Schnappen uns mal die Wand und wollen einfach mal drauf los Ja, alle drei Mann Die stolpern hier über die Spinnen Kleine Spinne Ja, eine kleine Spinne Erde So Die erste Wand auch schon ein Abraumgestein Abraumgestein Man kann nicht alle Wände abbauen Sieht man hier, das ist Erde Erde Das können sie wegbohren Hier ist Massiver Fels Massiver Fels Und den kann ich nicht mehr auswählen So Was macht der? Abraumgestein Der macht gar nichts Der chillt da ein bisschen So, wir haben ein paar Wände zum wegbohren Massiver Fels Auf Okay Okay, ein Energiekristall haben wir schon gefunden Ich den sammle auch schon ein Brauche mir noch viel weitere Das ist die Bauhütte So die Basis Grundaufbau jeder Basis Wo ich auch neue Leute runterteleportieren kann Ganz einfach Hier Kann ich ein paar Leute anfordern Ja Zurzeit Meldung mal wieder wegklicken Und Ich freue mich jetzt nicht viel In der Basis auf Da haben wir noch ein Energiekristall Priorität ist ganz oben Sollen sie auch schön einsammeln Die Dinge Erze sind jetzt eigentlich nicht so wichtig Erde Zwei Energiekristalle eingesammelt Sollen sie mal hier die Wände einreißen Trödeln wieder durch die Gegend Da haben wir noch einen Eins, zwei Zwei haben wir drin In der Bauhütte Zwei liegen da noch Fällt hier heute schon noch einer Ein Energiekristall wurde gefunden Wenn die Jungs jetzt mal fertig werden Ich wollte einfach noch ein paar mehr Dafür sollte es endlich gehen Hier ist nichts Wir sollen jetzt einfach nur die Kristalle einsammeln Ich hoffe die Energiekristalle sammeln Ja Ein Energiekristall wurde gefunden Okay Die letzten beiden sind auch unterwegs Beziehungsweise drei Stromverbindungen Die räumen sogar schon ein bisschen auf Die sind beide gleich schnell Vielleicht schaffe ich sogar einen mehr Bauhütte Na Stromverbindung Und Mission beendet Energiekristall Das war es schon Die erste Mission Ganz locker flockig Gut gemacht Du hast alle fünf Energiekristalle gesammelt Auftrag erfüllt Ja Die Bewertung Drei Minuten 49 Dafür gebraucht Sauerstoffanzeige 90% Da haben wir relativ gut abgeschlossen Das erklärt sich später erst richtig Die ganzen Sauerstoffe Man arbeitet teilweise mit Leveln oder mit Sauerstoff Limitierung Oder prozentualer Anteil von Erzen die man eingesammelt hat Die Basis ausgebaut Hier oben das Auto Fahrzeuge teleportiert Das weiß ich jetzt gar nicht Höhlen entdeckt Monster besiegt Energiekristalle eingesammelt Aber Wir speichern erstmal Auf dem ersten Slot Und Die zweite Mission Saft für die Basis Okay Rock Raider Wir müssen mit dem Bau des Rock Raider Headquarters beginnen Wir brauchen ein Kraftwerk Verbessere die Bauhütte und errichte eine Stromverbindung daneben Dann baue eine Teleport Plattform und verbessere auch die Baue eine weitere Sektion der Stromverbindung an der Teleport Plattform Wenn du dann genug Energiekristalle und Erz gesammelt hast Baue ein Kraftwerk Sei dabei immer sehr vorsichtig Rock Raider Die Höhlenwände sind instabil und brauchen vielleicht Verstärkung Okay also Das Ziel ist Ein Kraftwerk zu bauen Im Prinzip Ich muss kurz huschen Ähm ja Es gab einen Hat er sich jetzt aufgehangen? Ähm Das brauche ich jetzt heute formal nicht So teleportieren wir uns ein paar Leute runter Und Ja Die Bauhütte und eine Stromverbindung kann ich bis jetzt bauen Und die Wände verstärken kann ich Hier ist Das kann ich so mit den Bohrern nicht abbauen Aber hier rutscht ein Geräusch runter Und da kriegt man immer diese hässlichen Meldungen die langsam nerven Und äh dann verstärken wir die einfach Und suchen uns mal ein paar Wände Die wir bohren können So wie hier die beiden Damit wir auch ein paar Erze finden Ich glaube ich hol mir noch ein paar mehr Leute Die drei Mann Das reicht auf keinen Fall Wo gibt's noch Erdrutsch Ah ok hier wahrscheinlich Ja Muss ich mal die Prioritäten bohren Verstärken Also aufräumen Sollen sie eigentlich als letztes Ich weiß nicht wo der hier unterwegs ist Hm Ok hier haben wir Erd Dann macht die Kiste mal sauber Das war's auch schon Mehr Leute kann ich gar nicht runterholen Und dann sammeln wir erstmal ein paar Ich muss im Baumenü nochmal gucken Wir brauchen eine Stufe 1 Und wir brauchen für die Stufe 1 noch 5 Erz 4 Müssen wir erstmal auf Erzsuche gehen Oh hier liegt ja jede Menge Wenn sie es dann mal einsammeln Es gab einen Erdrutsch So hier die Wände Könnte gleich auch noch verstärken Die ersten Missionen sind so Bisschen noch so grundlagenmäßig Also nichts wirklich herausforderndes Aber es läuft ja schon mal Gleich verstärken sind es schon mal die Wände Aber hier oben kann ich auch bohren oder Die verstärke ich auch mal zur Sicherheit Und hier kann ich sogar noch bohren Kann ich da ein Upgrade machen Und noch keine Teleportplattform bauen Müssen wir eine Stromverbindung Das ist so Also die Gebäude Müssten am Ende mit Strom versorgt werden Denn Strom Die Energie kriegt man aus den Kristallen Und um die von Gebäude zu Gebäude zu kriegen Muss man halt diese Stromverbindung bauen Aus zwei Erz Und dann kann man hier die Gebäude dran setzen Wenn du keine Ebenefläche zum Bauen findest Solltest du die Stromverbindung woanders auflegen Kraftwerk Jetzt bauen die hier Ja, was bauen die hier Die Teleportplattform Wo man dann auch kleine Fahrzeuge und sowas Sich beschaffen kann Dauert jetzt im Moment Oh, eine Erzader Müssen wir hier noch ein bisschen bohren Holen wir uns die auch direkt mit Wie sie alle rumwuseln Und der steht da rum Und macht gar nichts Tu doch was Kannst du nicht auf Rum stehen Ah, okay Die ist jetzt auch fertig Wurde aber noch nicht mit Strom versorgt Ähm, wo denn? Ah, da ganz hinten Das ist relativ egal Ein Energiekristall wurde gefunden So, was brauchen wir hier noch? Drei Erz Um das Upgrade durchzuführen Abraumgestein Hm, dann könnt ihr den Bereich erstmal sauber machen Hier haben sie auch schon alles verstärkt Die Ecke kann man auch noch wegbohren Ich weiß nicht, was ihr da ganz hinten sucht Es gab einen Erdrutsch Jetzt haben sich alle verletzt Als sie so doof sind Und irgendwo Oh, da ist noch ein Kristallflötz Oh, die sollen jetzt erstmal die Wände verstärken Dann werden sie auch nicht erschlagen Oh Hier ist nämlich noch nichts aufgeräumt Und die fangen schon ganz hinten an Fehlen noch zwei Erze Nachrichten nochmal löschen Es gab einen Erdrutsch Ja Ich dachte, die verstärken jetzt die Wand Eine von drei Zwei von drei Rock Raider Ja, die letzte kannst du jetzt auch direkt machen Komm Rock Raider Der Werkzeug, der hat ein Werkzeug Ach, der macht das, okay Da liegt noch ein Energiekristall rum Hier liegen sie noch rum Verteilen sich gerade ein bisschen zu sehr Und deswegen zieht sich das auch wieder in die Länge hier Jetzt müsste aber das Oh, okay Den warte ich jetzt ab Wenn er den jetzt ins Lager schmeißt Kann ich da auch das Upgrade machen Wodurch es mir möglich ist, das Kraftwerk zu bauen Hm, wobei, wo baue ich das denn am besten hin Ah, ich muss wohl hier hin knallen So, für das Kraftwerk brauche ich Zwei Energiekristalle und zwölf Erz Das kann jetzt wirklich eine Weile dauern Bis die hier mal Abraumgestein Parad gekommen sind Und überhaupt nichts mehr zu machen Massiver Fels Stromverbindung Wir bringen das jetzt auch schön nach hinten Und tragen es am Ende wieder zurück Ja Hier räumt mal weiter auf Vielleicht sollte ich Bohren, dann verstärken Aufräumen Ja, die Energiekristalle können sie ruhig noch vor dem Erzen holen Das ist kein Problem Und das Aufräumen wäre mir erstmal wichtig Abraumgestein 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 Ja Der müsste jetzt da aufräumen Der geht da aufräumen Ich hoffe, das wird nicht zu dunkel hier Der stellt das immer wieder zurück Da muss ich dran denken Sorry, wenn das jetzt bis jetzt ein bisschen dunkel war Das Spiel speichert nicht so gerne Einstellungen Abraumgestein Ja, das weiß ich jetzt Je nachdem, ich hatte eine Testaufnahme auch Dass das Spiel ein bisschen leise rüberkommt Das muss ich je nachdem dann noch verstärken Ich weiß auch nicht warum Aber ich sehe es ja am Ende Oh, jetzt kommt hier auch mal was Erz rein Wie viel haben wir denn Fünf von zwölf Abraumgestein Jetzt haben sie was zu schleppen Sieben, acht, neun Das wird die zehn hoffentlich Ölf und zwölf Dann ist das Ding auch schon wieder fertig Und dann müsste die Mission auch gepackt sein schon Also wirklich ganz einfach Keine große Kiste Oh, Kraftwerk kommt gerade runter Und dann werden alle hochteleportiert Einheit sicher teleportiert Und damit ist die Mission auch abgeschlossen Hoffe ich mal Ja, die Bewertung Erze gefunden Null Prozent Fels abgebaut Fünf Prozent Also die Höhlen Wahrscheinlich noch jede Menge Höhlen da Basisgröße Nur 50 Prozent der Höhlen gefunden Rock Raider teleportiert 100 Prozent Und Abwehrbericht Null Weil noch gar keine Gegner kamen Acht Minuten neunzwanzig Für die Mission gebraucht Endbewertung 58 Prozent Oh, bin ich schlecht Das ist so Okay, wir speichern wieder Ja, ich will überschreiben Und Dann sage ich nochmal tschö Bis zum nächsten Mal Ciao